hi youtube willkommen zum neuen video ja ich bin mir nicht sicher ob ich das mikro irgendwie halten werde oder ob ich es mir naja werde ich mal muss ich mal austesten ja es hat ich bin ein bisschen spät mit dem upload es hat vor knapp anderthalb wochen bei uns in berlin ziemlich heftig geschneit und da habe ich mir die kamera geschnappt bin losgezogen und habe ein paar fotos gemacht und ja habe ich mir gedacht mache ich mal wieder eins der ruhigeren entspannteren videos passt vielleicht ganz gut zur schneestimmung ja dann lasst uns doch gar nicht so lange reden lasst uns einfach mal ins video springen und dann gucken wir mal rein so 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 so